Was geht, was ich mit Mike und das ist L.A.L. ist ein Tümpel und ist so toll. Könnte ich mir jetzt ein bisschen gut gehen, sonst gehe ich eine PS5. Mein Alligator, mein Alligator, und wie erzähle ich meinen Alligator-Gator-Gator? In der Bücherei. Hallo Leute, heute ist L.A.L. in der Bücherei. Seit 2002 fand ich niemand in die Bücherei, aber wir müssen in unsere Show, was? Hallo Herr Gator, ich bin die Bibliothekarin. Wenn Sie ein Buch nicht erreichen, geben Sie mir Bescheid, ich hol's Ihnen. Ey, mach mal ein paar Trials klar, ne? Was hast du ausgeliefert, ey? Ah, wie man YouTube-Kacken macht, das ist ein kleines Buch. Aber komm jetzt nächstes Mal bitte leise, ne? Haha, wie mach mal bitte? Pssst. Ey Leute, ey, es wird ein bisschen zu laut. Könnt ihr mir helfen? Im Weltschauen findet sich eine richtig? In dem hier? Oder in dem hier? Hahaha. Natürlich, sein Lieblingsfarbe ist natürlich richtig. In einer Bücherei muss man immer leise sein, sonst kriegt man Hausverbot. Oh mein Gott, hier sind so viele Bücher. Ja. Okay, was willst du jetzt auswählen? Oh. 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 Leute, könnt ihr mir helfen? Im Weltschauen findet sich, ey, wieder richtig? In dem hier? Oder in dem hier? Natürlich ist rot richtig. Man isst keine Bücher, sondern liest man Bücher, ne? Außer bei Chisopaten, die das machen, ne? Danke, dass ihr mir geholfen habt, Leute. Ich hab schon mal gesagt, Elle hat eine neue Child gefunden.